Hi, mein Name ist Norman Zander und am 11. Juli 2023 spreche ich über idealtypische Candidate Personas und datenbasierte Candidate Personas. Im Kern geht es also darum herauszufinden mit Ihnen gemeinsam, warum die idealtypische Betrachtung nur die halbe Miete ist und wie Sie datenbasierte Candidate Personas einsetzen, um Ihre Zielgruppe oder die Menschen, die Sie jeden Tag auf sich aufmerksam machen wollen, bestmöglich zu adressieren. Richtige Botschaften auf den richtigen Kanälen. Ich freue mich auf den 11. Juli. Bis dahin.